Moin boin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof heute am Montag und wie ihr es bestimmt schon mitgekriegt habt, weil es schon auf der Webseite bekannt gegeben worden ist oder weil ihr es vielleicht im Stream gehört habt oder von irgendeiner anderen Quelle über Twitter oder sonst irgendwas, ich bin bei Minecraft Doors mit dabei. Ich freue mich da richtig drauf. Ich habe nämlich voll Bock auf das Projekt. Es wird richtig, richtig insane. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon aufnehmen werde und wie viel auf YouTube landen wird. Es wird auf jeden Fall ein gemischtes Projekt sein. Das heißt, ich werde sehr, sehr viel streamen dazu. Also tatsächlich werde ich das, wenn ich denn streamen werde in der Zeit, die Masse davon Minecraft Doors spielen und streamen natürlich. Und das wird krass. Also ich habe da echt mega viel Bock drauf. Ich freue mich darauf, dass ich dabei sein darf. Und das wird sicherlich ein sehr, sehr unterhaltsames und interessantes Projekt, weil das, was man bis jetzt schon so davon gehört hat, wie das Modpack aufgebaut ist und dass man halt nicht sofort von Anfang an alle OP-Mods quasi drinne hat, sondern dass die nach und nach erst kommen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich darf natürlich noch nicht zu viel verraten davon. Da sind wir auch angehalten, einige Sachen noch für uns zu behalten. Und ja, vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, dass ich jetzt bei dem Projekt dabei bin. Das weiß ich ungefähr seit... Ich weiß es nicht. Ich glaube, letztes Wochenende habe ich es erfahren, dass ich dabei bin. Genau. Und ich habe aber davor schon angefangen, meine anderen Sachen ein bisschen zurückzufahren. Wie jetzt zum Beispiel Sky Factory oder auch die Fiber Stranded Geschichte. Einfach, um halt ein bisschen mehr Zeit rausschaufeln zu können für dieses neue Projekt, dass das dann halt alles ein bisschen vorangeht. Und ich hoffe, dass dieses jetzt... Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen verständlicher ist, warum ich denn Sky Factory zum Beispiel jetzt auf YouTube erst mal eingestellt habe. Das wird sich auch auf Twitch natürlich ein bisschen auswirken. Und wie jetzt gerade eben schon gesagt, ich werde halt gucken, dass ich mehr Content auf Twitch auch denn dazu bringe. Sprich, dann wird natürlich erst mal Beyond auf Twitch auch pausieren. Das sollte ja eigentlich ganz klar sein, dass das nicht beides nebenher laufen kann. Aber da sind wir jetzt mittlerweile auch schon richtig weit bei Beyond. Das ist krass, wie schnell sich das entwickelt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Beyond habe ich jetzt angefangen mit dem Forestry Mod damit rumzuspielen und mit diesen Bienchen und Blümchen und so weiter. Das ist echt unterhaltsam und es macht echt viel Spaß, mit den Bienen zu arbeiten und was man da alles machen kann. Und die Tiefe des Mods ist halt unheimlich cool. Also das ist nicht einfach nur ein Gerät, was man hinstellt und dann kommt irgendwo OP-mäßig irgendwas rausgefallen. Ne, man muss sich halt schon so ein bisschen Gedanken machen, was kommt jetzt als nächstes und wie kann ich das hinkriegen, dass ja die richtigen Bienen jetzt da rauskommen. Was muss ich kreuzen hier und da? Und da gibt es noch einen Second Mod sozusagen, der dafür sorgt, dass ich dann die ganzen Sachen auch, also dass ich Genmanipulation durchführen kann und so weiter und so fort. Ich merke gerade wieder, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Wir haben eine Spinne in der Scheune. Die muss erstmal entfernt werden, die Spinne. Stimmt, ich sehe gerade, wo ich stehen geblieben bin und ich glaube, ich habe ja an den Dächern am Dach, da habe ich ja auch die dunklen Balken nochmal hochgezogen. Ich glaube, die können wieder weg, weil das wird, glaube ich, auch ein bisschen anders gemacht. Aber wir können sie eigentlich auch erstmal stehen lassen. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich werde jetzt erstmal noch hier den Boden weiter rausreißen, bis ich den einmal komplett raus habe. Stimmt, ist ein Kommentar reingekommen, von wegen, dass man hier oben ja einen Heuboden machen kann. Genau so ist das auch angedacht, dass hier oben ein Heuboden einkommt. So sieht man das auch im Video zu der Scheune. Ich habe den Link zu dem Video mittlerweile rausgenommen. Der war lang genug in der Beschreibung. Also einfach mal, was weiß ich, so zwei, drei, fünf Videos zurückgucken. Da ist in der Beschreibung auf jeden Fall ein Link zu diesem Tutorial-Erklärvideo von der Scheune, nach welchem Bauplan ich das denn zurechtbaue. Also dass dann hier Heu und Stroh reinkommt, das ist richtig, richtig erkannt. Sehr schön. Das hast du gut erkannt. Und hier unten kommen die Pferde rein. Also hier unten aber auch erst, das kommt dann soweit es soweit ist. Genau. So. Ich habe noch ein bisschen, was habe ich denn noch sonst so gemacht? Hm, weiß ich gar nicht. Ich habe ja die, äh, die letzte Folge, also die Folge am Samstag, die habe ich ja, pass mal auf, ich fange jetzt erstmal da hinten wieder an, ein bisschen Boden draufzubauen, damit wir, damit wir da besser gehen können. Wobei, 60 Blöcke ist jetzt ja auch nicht der, ist jetzt auch nicht der Bringer, ne? Äh, ja, das habe ich mir doch. Oh, lol, 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 lol. Leo, Leo springt mir erstmal schön vor die Füße, ey. Nice. Das hast du gut gemacht, Leo. So macht man das. So. Wir werden einfach mal hier rückwärts, sneaky rückwärts entlang laufen. Dann kann ich nämlich hier einen absetzen. So. kriegen wir nämlich hier ein bisschen, ein bisschen was an Holz hingestellt. Das ist doch, das ist ja hervorragend. Ja, da ist Leo jetzt runtergefallen, da hat er aber selber Schuld. Ich war, ich war nicht dran. Ich bin mir ziemlich sicher, ich war nicht dran. Ist er, wo ist Leo? No. Ich bin auch runtergefallen. Wo ist Leo? Wo ist er schon wieder hin? Ist er schon wieder oben, oder was? Ne, da bist du. So. Guck mal her. Hier. Hast du was zu naschen? Ich will, ich, ich nasche auch mal kurz was. Da geht es mir auch wieder besser. Gut, wir müssen eine, eine, einmal Bodenbelag müssen wir noch rausnehmen. Dann haben wir den oberen Bereich schon so weit, so wie er sein soll eigentlich. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier oben alles ein bisschen ausleuchten noch besser. Und natürlich den Boden an sich noch weiter, weiter reinziehen. Da gehört ja noch ein bisschen was dazu. Kannst du dich mal, wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Ach, da bist du. Alles klar. Mach Sitz. Da kann er, da kann er erstmal sitzen bleiben. Da ist, da ist er aus dem jeglichen Gefahrenbereich raus. Und stört mich auch nicht. Das ist eigentlich ganz gut so. Also, man muss ja immer so ein bisschen drauf achten, ne? Nicht, dass, äh, nicht, dass da doch noch irgendwas passiert. Wegen, äh, eine Sache noch wegen, äh, DORS, die mir gerade einfällt. Wann startet das Ganze? Das ganze Projekt startet nächsten Samstag. Nächsten Samstag um 12 Uhr kommt die erste Folge raus. Und ich habe eigentlich bis jetzt geplant, dass ich denn auch den Samstag höchstwahrscheinlich noch das, äh, von der Karte streamen werde. Ja, dass ich von der Karte streamen werde. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das, äh, weiter handhabe mit, oh, mit, äh, von der Karte streamen, beziehungsweise, ähm, aufnehmen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen werde. Oder ob ich jetzt wirklich tagtäglich Minecraft-Doors-Folgen für YouTube raushaue. Oder, oder ob ich, äh, weiß nicht, irgendwie jeden zweiten Tag eine Minecraft-Doors-Folge raushaue, weil auch jeden zweiten Tag irgendwie ein Stream ist, bis auf am Wochenende. Da ist es halt täglich. Und dass das dann halt irgendwie so ein bisschen, ja, durch, nicht nicht durcheinander ist, sondern, was ich eigentlich ungern möchte, ist, euch in irgendeiner Art und Weise zu sehr zu spoilern. Na, sprich, zu sagen, okay, dass man, dass, wenn man jetzt zum Beispiel in den Stream kommt, dass man da schon mehr Fortschritt sieht als in den Videos. Na, das wird halt sehr, sehr kompliziert sein, ne. Na, ich glaube, das, das werde ich, ich glaube, ich werde das tatsächlich auch so machen, dass ich nur vielleicht jeden zweiten Tag ein Video rausbringe von Doors. Und das dann halt immer so nach dem letzten Livestream quasi. Na, dass man halt sagt, okay, wenn jetzt montags zum Beispiel Livestream war, dann mache ich montags nach dem Livestream eine Folge für Dienstag zum Beispiel. Oder mache, ja, genau, so müsste das dann ungefähr ablaufen, dass ich dann halt mich dann Montagabends noch hinsetze und dann eine Folge schnell für YouTube aufnehme. Und das ist dann quasi die Folge am Dienstag, dass ihr dann eine Zusammenfassung bekommt von dem, was im Livestream war und aber trotzdem schon irgendwie was Neues passiert, ne. Irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Maschine fertig gebaut oder irgendwie was, im Livestream kann ich ja, habe ich ja die Möglichkeit, dass ich da viel grinde, also viel jetzt irgendwelche Sachen fahren, buddeln gehe oder sonst irgendwas. Und in den Videos machen wir dann halt so ein bisschen kniffligere Sachen, ne. Also Sachen, die halt so ein bisschen, ja, wo man halt ein bisschen mehr nachdenken muss. Wo man vielleicht auch nicht so sehr auf den Chat achten kann oder, oder, oder. So, das möchte ich, auch wenn das vielleicht nicht hundertprozentig richtig ist, möchte ich das aber trotzdem haben, weil ich das ganz nice finde von der Optik her. Und später kommen wir hier irgendwie was mit irgendwas ran. Muss mal gucken, wie das nachher aussieht hier. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Vielleicht muss ich das auch nochmal wegreißen und da was anderes hinstellen. Ich bin mir noch nicht so sicher. So, das einmal weg, das weg. Obwohl die Axt wegzuschmeißen ist jetzt natürlich nicht so schlau, gerade wenn wir, gerade wenn wir Holzarbeiten machen, ist das eher semi-optimal. Ja, also wie gesagt, es wird, es wird eine sehr, 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 sehr spannende Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das Projekt wird, was, wie sich das entwickeln wird, ob, ähm, Debitur mit seinen, also ob, ob Debitur auch mehr oder weniger Erfolg hat mit seinem Projekt, also seine, seine, seine Vorstellung ist ja bei dem Projekt, ein Projekt zu haben, was möglichst lange von allen Beteiligten gespielt wird. Ich hab Bock da drauf, auf jeden Fall. Ich bin eh jemand, der sich immer gerne lange mit irgendwas aufhält und lange an einem Projekt weitermacht, beziehungsweise gerne viel, viel und intensiv an einigen Projekten arbeitet. Und deswegen, ähm, passt es mir eigentlich auch sehr, sehr gut ins Konzept rein. Na, und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das, wie das so verläuft und ob das auch, äh, für, für Debitur gut läuft, dass er vielleicht nochmal auf die Idee kommt, noch so ein weiteres Projekt aufzuziehen. Das wäre ja immer, immer sehr, sehr nice, ne? Ja, cool. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird und, hm, mehr bleibt mir, mehr bleibt mir dazu auch noch gar nicht, mehr bleibt mir dazu gar nicht zu sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Naja. Und unsere Scheune werden wir auch fertig bekommen. Und ich werde, das ist, das ist, das kann ich jetzt ja safe sagen, so eine Scheune möchte ich tatsächlich, beziehungsweise auch andere Gebäude möchte ich tatsächlich auch in dem Projekt bauen, weil ich da ja eindeutig durch die, durch die Streamzeiten viel, viel mehr Zeit habe für solche Geschichten hier, ne? Um sowas zu bauen zum Beispiel. Und darauf freue ich mich halt richtig. So, ist hier oben jemand? Oh ja, da ist ein Zombie. Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Komm her. Dich nackig. Oh, du brennst. Aber nicht auf meinem Holz. Oh, jetzt brenne ich. Leo sitzt da auch nur rum und macht nix, ne? Naja, egal. Und einen Hund müssen wir auf jeden Fall haben. Oh, wir brauchen unbedingt einen Hund. Oh, geht das überhaupt? Doch, müsste, ne? Das müsste im Multiplayer gehen, ne? Dass wir da einen Hund haben. Oh, das wird awesome, ey. Ich glaube, ich bin der Einzige, der da einen Hund hat. Ich glaube, ich bin denn der Einzige, der da einen Hund haben wird. Oh, das wäre ja cool. Oh, das wäre richtig nice. Da müssen wir ja gleich am Anfang schauen, dass wir uns irgendwie da auch einen Leo schnappen oder so. Oh, das wäre cool. Ha. Geht das im Multiplayer? Ich hoffe, ne? Eigentlich müsste das funktionieren, oder? Dass man sich da einen Hund hält oder so. Ich habe das noch nie ausprobiert. Beziehungsweise einen Wolf. Aber an und für sich müsste das... Warum sollte das nicht funktionieren? Das machen wir. Da habe ich richtig Bock drauf. Dass wir uns da noch einen kleinen Leo oder so... Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Oder eine Leonie? Vielleicht auch eine Leonie. Müssen wir mal schauen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Genau. Ich wollte nämlich schauen, dass wir jetzt hier noch die Balken hochziehen. Gegebenenfalls. Habe ich Erde dabei? Ja, habe ich. Gut. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir erstmal 1, 2, 3 mal Erde. Den kann ich nämlich trotzdem noch. Ne, kann ich nicht. Bin ich schon tatsächlich zu hoch, wa? Da aber und da. Genau. 1, 2 und... Ne, nicht nochmal. Sondern das und das. Alles klar, das reicht. Das passt. Wie hoch ist denn das überhaupt? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Dann kann ich das hier eigentlich auch gleich raufziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. Einmal einen Sprung nach unten. Hat mich wieder ein Herzchen gekostet. Aber das ist nicht so schlimm. Guckt euch das mal an. Das sieht auch jetzt schon viel besser aus. Obwohl... Ach, wir müssen noch einen höher. Stimmt. Wir müssen noch einen höher. Weil wir ziehen ja etwas Holz hier wieder raus. Wir nehmen den raus und setzen den rein. Und das können wir da auch gleich machen. Dann passt das nämlich gleich. Meine Schaufel ist gleich im Arsch. Ne, doch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Können wir den rausnehmen? Ich glaube nicht, oder? Das ist ja kein Slap. Das ist ja ein Stair, was da drin ist. Wenn wir den rausnehmen, dann sieht man das auf der anderen Seite. Das ist auch uncool. Na gut. Jetzt müssten wir eigentlich weitermachen mit dem Dach. Das Dach ist jetzt eigentlich das nächste. Beziehungsweise... Ah, guck mal. Hier drüben fehlen auch noch welche. Da können wir jetzt auch gleich... Ja, 5 denn oben drauf. 1, 2, 3... Ich muss das ja mit Erde von der Seite machen. Weil ich ja hier oben noch einen Slap wegnehmen muss. Stimmt. Beziehungsweise ist der gar nicht hier. War ich gar nicht so hoch genug. Doch, doch. Hier ist er. Den hier müssen wir rausnehmen. Den Kollegen müssen wir rausnehmen. Und dann können wir das da reinbauen. Und jetzt gehen wir auf der anderen Seite nochmal schnell hoch. Ich habe zwar jetzt keine Schaufel. Ach doch. Wir haben hier noch Schaufeln. Ach, lol. Dann gehen wir auf der Seite hier nochmal hoch. 1, 2, 3... Na, das wird zu hoch, ne? Liegt auch nicht. Haha. Passt. Gerade so. Mal einmal kurz rüber geguckt. Ich glaube... Ich glaube, einer geht noch, oder? Oder sogar noch einer. Ich glaube, sogar noch einer. Ich glaube... Ja, das ist passend. Sehr schön. Dann haben wir doch das... Das hätte ich doch eigentlich als erstes machen müssen. Das ganze Ständerwerk hier oben. Weil jetzt sieht das... Jetzt sieht das mit der Scheune auch mal ganz, ganz anders aus. So. Wir machen mal folgendes. Und zwar... Für das Thumbnail... Gehen wir mal hier in diese Ecke hoch. Ich hoffe mal, mich schießt jetzt hier kein Skelett gleich runter. Oh ja, das ist ein cooles Bild. Das sieht sehr, sehr nice aus. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Also, bis dahin. Bye, bye. Bye.